den hier jetzt auf Ferris geben und dann das ist ein helles Pferd halt da, komm, 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 ich bin ein bisschen stress so fuck so, den muss jetzt gleich wieder ein Tierchen heraufbeschwören weil dann, das ist wirklich ach, schwer aber auf jeden Fall ist einer schon da, zwei sogar der Hund macht hier auch schon ordentlich viel Damage, muss ich wirklich sagen ja, ja, das schaffen wir locker jetzt, mit dem Hund ach, das ist gut weil, wie gesagt, die Anfangsphase ist extrem schwer wenn man den Bogen heraushaut, ist es eigentlich sehr relativ einfach und, yo alter wo ist der da, verarscht, du wechsler, du wie gesagt, der blöde wechsler, halt ihn da undauert ey, das ist so verkackt und fair ich hoffe, der Hund macht das irgendwie ich muss auch noch mit dem der Trefferwertung etwas höher sein weil ich treffe hier gar gar, gar kein Scheiß so, endlich fertig wir haben es jetzt hier sehr sauber gelöst sehr sauber wie gesagt, mit dem Ferris ist wirklich alles sehr einfach weil sie ist Magierprofessionell äh, Magierin ich bin da natürlich Heilarina Professioneller und man kann wirklich fast alles mit dir machen nicht okay, das hört sich etwas falsch an aber egal und, äh, Moment gibt es da überhaupt zu sehen irgendwelche Kisten Kisten? ja ah, Handwerkskiste was haben wir denn da? uhu, okay, cool nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht gibt es da hier irgendwas? aha, da ist eine Kiste weil es lohnt sich sehr oft, äh, gewisse Sachen gründlich nachzuschauen so, sie bekommt Apple die Brandpfeilen so, und so perfekt sehr gut toll schaut sehr realistisch aus, mein Freund so da habe ich, glaube ich, ein paar Fässer noch gesehen ja, da habe ich zum Beispiel einen sehr gut und alles gelootet von den Gegnern habe ich schon aber, wo gibt es bei der Dog bei der Dog Story irgendwas bestimmt das? Moment da ist ein schäbiges Fässchen und eine Handelskiste alte Kiste aha okay eine alte Kiste vielleicht die alte Kiste ist sogar eine gute Kiste und na ja uh, einfache Verbände können wie immer sehr gut gebrauchen so und so apropos das, äh kannst du danke so und jetzt noch mal schauen äh, was ist doch wie das klappt ach, das ist geil okay kann solche leichte Wundbrand entfernen das ist sehr gut jetzt haben die volles Leben und Mana uh, da ist doch eine schäbige Kiste gut nein, mein Tier geht weg nein scheiße scheiße gut scheiße okay, da haben wir sonst gar nichts mehr sehr gut naja, die scheiß Warterei das ist wirklich sehr sehr blöd niemals so lange warten das ist so ätzend so ätzend, ey baaah aber wenigstens habe ich es geschafft und vorher habe ich es mal zwei Grad schön baaah sorry, ich bin etwas müde heute war ein harter Arbeitstag von bei mir und es ist es geht nichts besseres als nach einem harten Arbeitstag wieso gehe ich denn bitte falsch nach einem harten Arbeitstag äh Spiel aufzunehmen das habe ich gesehen und ja Moment Action Action Jakon, nein! Warum habt ihr das getan? Er hat mich angegriffen, meine Liebe Reicht das nicht? Wenn die Herrschaften mich nun entschuldigen wollen Ich habe noch andere Verpflichtungen das ist echt ein arschiger Magier So und dies äh den Holz Golem habe ich gesagt bei dem sollten wir echt aufpassen so jetzt haben wir hier ein schöner Pause-Menü jetzt können wir hier in Ruhe Brandpfeile rausstecken und erstmal schön Moment so sehr gut sehr gut Achtung Worte sie könnte richtig Hilfe als der Tatze so so sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut jetzt können sie sich immer gegenseitig abwechseln jetzt bleibt die richtige Damage die darin etwas von den Ärger entfernt wie gesagt Brandpfeile ist sehr geil weil schau wie viel Schaden er macht das ist unfassbar und er hat 200 Schaden muss man bedenken das ist geil einfach nur geil vielleicht vielleicht haben sie das etwas zu vereinfacht gemacht bin mir auch selbst nicht sicher so mein Krieger macht kaum Schaden das ist sehr gut sehr sehr gut so mein Haustier macht aber auch schon ordentlich wums ok jetzt ist er fast am Arsch sehr gut schaut aber ähm so richtig in Ordnung aus ausnahmsweise das ist wirklich gleich gut uuuuiuiuiuiuiui so Hündchen weg so hör mein Krieger ja ist schon gut sehr gut mhm so sehr gut jaaa stirb du wierlicher Aschloch du sehr gut So, jetzt schneidet ihn befreien. So, kaltensteinlich. Ich war zu leichtsinnig. Das werde ich mir nie verzeihen können. So dürft ihr nicht reden. Nicht ihr habt Jakon getötet, sondern dieser herzlose Mensch. Ach, wenn ich Jakon kaum kannte, haben mag, empfinde ich tiefe Trauern darüber, dass wir ihn nicht retten konnten. Zaun und Trauer bringt uns unserem Ziel nicht näher. Wenn wir Jakon auch verehren wollen, sollten wir uns darauf konzentrieren, wie es weitergeht. Naja. Es ist wahrlich ein schwerer Verlust. Er war noch so jung. Niemand sollte so sterben. Aber wir dürfen nicht verzagen. Jetzt erst recht nicht. Ist Kaltenstein der Name des Mannes? Denn wir all dies zu verdanken haben, welche Rolle spielt er in dieser Sache? Und wie geht es jetzt weiter? Nach heute Nacht dürfte dieses Schiff hier wohl kaum noch auftauchen. Findet ihr nicht, dass es an der Zeit ist, zu erzählen, wen ihr eigentlich arbeitet? Für wen? Das ist die große Frage, auf die ich keine Antwort kenne. Vorerst. Ich weiß nicht, wie viel bei mir. Nur sein Gesicht habe ich mir genannt. Und seinen Namen. Wir sind in meiner Jugend einmal aneinandergeraten. Aha. Aneinandergeraten? Es war eine dienstliche Bagatelle. Eine Unregelmäßigkeit. Ich weiß nicht mal mehr genau, worum es dabei ging. Aber der Sache werde ich auf den Grund gehen. Und wenn ich jedes Dokument aus meiner damaligen Dienstzeit studieren muss. Nun, der eigentliche Grund, weswegen ich überhaupt in Gefangenschaft geriet, war eine Unterhaltung hinter einer Hofmauer, welche ich auf dem Weg zu unserem Treffpunkt zufällig belauschen konnte. Ich hörte, dieser fette Moppel wird immer gieriger, will immer mehr vom Kuchen abhaben. Der ist ja fast schlimmer als der Baron. Jetzt soll die Kiste wieder zurück zur Feste. Wurde wohl versehentlich hergebracht. Aha. Als das Gespräch verstummte, kletterte ich über die Mauer, um einen Blick in die Kiste zu werfen. In meinem Eifer bemerkte ich nicht, dass ich jenseits der Mauer alles andere als alleine war. Ich spürte nur noch einen dumpfen Schlag und erwachte hier. Scheiße. Und was war denn in der Kiste? Das blieb mir verborgen. Leider.